Musik Hallihallo und ein fröhliches neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle richtig gut reingerutscht ins neue Jahr 2011. Ja, ein neues Jahr mit den Nosy Rosy. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin treu und seid glücklich und gesund und erfolgreich in diesem neuen Jahr. Ja, mir geht es gesundheitlich leider wieder nicht so gut. Typisch einfach für mich. Ich weiß nicht, wieso, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Zeit dazu genutzt, die Slideshow mit euren Plakaten. Ja, fertig zu gestalten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und seid überrascht von den vielen tollen Ergebnissen. Von den, ja, doch wenigen Leuten, die da mitgemacht haben, die aber sich trotzdem also echt ins Zeug gelegt haben und keine Mühen gescheut haben, um doch ein Plakat zu gestalten und sich in den Schnee zu werfen und sonst was, um das Plakat zu präsentieren. Also wirklich nochmal beide Daumen hoch für alle, die sich da ins Zeug gelegt haben. Außerdem für euch noch ein paar Impressionen von meiner Silvesterfeier, also so wie ich Silvester gefeiert habe. Ein paar Bilder und auch ein kleines Video. Okay, viel Spaß auf jeden Fall beim Schauen und alles Gute nochmal fürs neue Jahr. Ciao! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.